Wenn du nicht gerade in Mono- oder Stereo arbeitest, sondern zum Beispiel 5.1 Dolby Atmos oder anderen immersiven Formaten, dann wirst du höchstwahrscheinlich auch ein Abmixing-Tool brauchen. Und deswegen gucke ich mir heute Penteo von Perfect Surround an. Auf der Internetseite des Herstellers, perfectsurround.com, da kannst du die ganzen unterstützten Formate sehen. Und das sind eine Menge. Wir legen los mit Dolby Surround bis zu 7.1, Dolby Atmos 916, Ambisonics, Binaural, 360 Reality Audio, Facebook Schiene 60, YouTube Schiene 60, Auro 3D 13.1 und DTS 11.1. Bei mir habe ich zwar eine Dolby Atmos Regie, du siehst vor mir sind die drei Atmos Speaker. An der Decke, da habe ich auch noch vier Speaker. Links von mir sind vier Speaker, äh zwei und rechts sind auch noch mal zwei. Das hilft dir aber hässlich wenig, du möchtest ja auch hören, wie das Ganze klingt. Und das heißt jetzt Kopfhörer nehmen und aufsetzen. Denn das Ganze wird jetzt binauralisiert. Das heißt, das kannst du nur auf dem Kopfhörer hören und nicht irgendwo auf Lautsprechern. Mein Setup sieht so aus, dass ich jetzt ein paar Stereo Stamps von Filmmusik von mir genommen habe. Die gehen in ein Bad rein, also 7.1, 2. Das Ganze geht auf den Renderer und ich kann hier umschalten von 2.0 oder 7.1, 4. Whatever auf binaural. So klingt das Ganze jetzt erst mal 2.0, also ohne Binauralisierung. Jetzt schalte ich die Binauralisierung mal ein. Jetzt kommt das Plugin Pentheo dazu und wir wollen das Ganze jetzt mal abmixen und stellen im Plugin mal ein, erstmal, dass wir ein Stereo Input haben und dass wir das Ganze auf 5.1 abmixen wollen. Ja, anders aber nicht besser, ne? Okay, da ist eine kleine Falle. Das ist kein Bug, sondern man muss zuerst in die Settings gehen und dann die richtige Input Order und Output Order einstellen. Das wäre schön gewesen, wenn man das synchronisieren kann, aber ich komme damit klar und jetzt stelle ich hier ein Left-Right-Center-LFE. Das ist die zweite Auswahlmöglichkeit. Wir hatten jetzt Left-Center-Right. Dann habe ich natürlich die Kanäle auf den falschen Kanälen. Also dasselbe machen wir bei Input und Output. Ja, und jetzt klingt das Ganze auch schon mal sehr ausgewogen. Also so klingt das ohne das Plugin. Und mit dem Plugin. Wir werden den Klang gleich noch ein bisschen größer machen. Erstmal, was ich auch noch schön finde, wenn man jetzt zum Beispiel mal in die hinteren Kanäle einzeln reinhören möchte, dann kann ich die natürlich beide auf Solo schalten. Ich kann es aber auch einfacher machen. Hier ist so ein blauer Balken und damit kopiere ich jetzt die. Und wenn ich jetzt einen auf Solo schalte, wird der andere auch auf Solo geschaltet. Also das ist wirklich praktisch, dass ich direkt damit einige Gruppen ein- und ausschalten kann. Und wir machen das Ganze direkt mal ein bisschen größer. Wir gehen nämlich von 5.1 auf 7.1. Und ich muss gestehen, dass manchmal der Unterschied bei der Binauralisierung nicht so immens ist. Deswegen empfehle ich wirklich, das Plugin selber zu kaufen und auf Lautsprecher mal selber auszuprobieren. Jetzt können wir zum Beispiel auch noch mal in die hinteren Lautsprecher reinhören. Oder in die Saiten. Also wenn man alleine reinhört, dann ist der Unterschied schon da. Mit den drei Schiebereglern in der Mitte regelst du die Energie. Was ist damit genau gemeint? Du regelst damit nicht einfach die Lautstärke und dann wird hinten leiser oder lauter, sondern das Signal wird anders verteilt. Du hast den Fokus eventuell auf einem anderen Kanal. Aber die Gesamtenergie bleibt die gleiche. Es wird also nicht leiser und lauter. Ich kann dir das wunderbar mal mit den Saiten demonstrieren. Wenn ich die jetzt hoch und runter fahre, dann kannst du wunderbar sehen und hoffentlich auch ein bisschen hören, dass der linke und rechte Frontkanal leiser und lauter werden. Also wenn ich jetzt die Saiten nach oben fahre, dann werden der linke und rechte Kanal dementsprechend leiser und umgekehrt. Und ich finde, man konnte das auch wunderbar hören. Manchmal klang es wirklich mehr so, dass der Sound von vorne kommt und manchmal eher ein bisschen verwaschener, weil er von hinten gekommen ist. Als nächstes gucken und hören wir uns einmal den Center an. Und der hat drei verschiedene Modi. Default, das ist der frühere Musikmodus. Da wird der Center ein bisschen aufgefüllt. Composite, da wird der auch ein bisschen aufgefüllt, ist aber abhängig von den hinteren Kanälen. Das heißt, da muss mindestens 7.1 am Start sein. Bei 5.1, da haben wir diesen Regler gar nicht. Und bei Diskret, da wird der Center wirklich stark aufgefüllt, sodass man wirklich hört, dass ein Instrument im Center wirklich vorhanden ist. Also bei Default, hören wir jetzt mal rein, da wird der Center einfach nur leicht aufgefüllt, mal der Center alleine. Und mal gucken, wie ein großer Unterschied ist, wenn ich jetzt links und rechts dazu nehme und wir jetzt den Center dazu haben und dann gleich mal wieder ausschalten. Das ist hörbar, wenn ich das Ganze auf den Lautsprechern mache, dann fällt es vor allen Dingen dann auf, wenn es weg ist. Also der Center wird leicht aufgefüllt, dann haben wir Composite. Der Unterschied ist aber dann, wenn ich jetzt für die hinteren Speaker den Fader hoch oder runter ziehe. Sorgt einfach noch ein bisschen dafür, dass der Klang ein bisschen ausgewogener ist. Und das Signal, was ich hinten habe, auch ein bisschen nach vorne lege, damit es nicht ganz so unausgewogen ist. Kann man aber sich ja einstellen, wie man möchte. Und dann haben wir noch den dritten Algorithmus, Discrete. Und da wird der Center viel lauter dazugefahren. Also bis jetzt war es so, dass einfach nur ein Loch leicht aufgefüllt wurde. Und dass es nur dann auffiel, wenn man es ausgeschaltet hat. Und jetzt bei Discrete ist der Center wirklich hörbar. Bei der Binauralisierung muss ich wie immer sagen, ja, man hört einen Unterschied. Aber es ist wirklich sehr, sehr deutlich gewesen. Für mich ganz klar, wenn ich einfach ein bisschen was auffüllen möchte, dann nehme ich Discrete. Wenn ich jetzt in 7.1 oder noch höher arbeite, dann nehme ich vielleicht Composite. Wenn ich möchte, dass der Center beeinflusst wird von den hinteren Speakern. Und wenn ich den Center wirklich hörbar machen möchte, dann nehme ich Discrete. Wenn ich Boost einschalte, dann wird das Signal hinten lauter und auf den Seiten etwas leiser. Ich habe wieder dieselbe Energie, habe aber nicht das Gefühl, dass von hinten was dazukommt, sondern ich bin komplett im Klang drin. Jetzt wird es tiefer. Und zwar mit dem LFE. Da gibt es insgesamt drei verschiedene Modi. Off, glaube ich, muss ich nicht erklären. Und das zweite ist Boost. Bei Boost, da wird einfach auf den LFE-Signal hinzugefahren. Und wir haben hier noch verschiedene Trennfrequenzen. 63 Hertz, 80, 100, 125, 160 und 200. Und ich wähle mal 125 aus und fahre das Signal jetzt langsam dazu. Und jetzt haben wir noch den dritten Modus, nämlich Split. Und da wird alles das, was ich jetzt auf den LFE draufgebe, von den anderen Kanälen weggenommen. Ich stelle das Ganze jetzt mal auf 200 und wir hören jetzt nur den linken und rechten Kanal. Und jetzt schiebe ich langsam den LFE rein. Den hören wir nicht, wir hören nur den linken und rechten Kanal. Aber je mehr ich den LFE reinschiebe, umso weniger Basssignale sollte ich jetzt hören. Und das kann natürlich auch eine schöne Möglichkeit sein, dass ich den Bass verteile. Je mehr ich auf den LFE draufgebe, desto weniger habe ich auf den anderen Lautsprechern und kann da wieder für ein bisschen mehr Platz sorgen. Und mit die Verge kann ich dafür sorgen, dass der Center nicht übersteuert oder zu viel Bass hat. Wir hören den Center jetzt mal an, indem ich die Verge aufgeschaltet habe. Also viel Bass. Und jetzt werden die Bassfrequenzen auf den linken und rechten Kanal verteilt. Das heißt, der Center hat jetzt weniger Bass. Und es gibt ja noch mehr als 7.1. Deswegen gehen wir jetzt auf Dolby Atmos 7.1.4. Jetzt ist da ein neuer Regler hinzugekommen, aber nämlich für die Top Speaker. Und hier oben siehst du, es gibt auch wieder verschiedene Modi. Jut, dann ist das Ganze ausgeschaltet. Low, da werden die Top Speaker ein bisschen hinzugefahren. Rise, da haben wir die Top Speaker noch ein bisschen lauter und Max. Und das Ganze binauralisieren wir jetzt wieder und ich werde jetzt die einzelnen Modi durchfahren. Und dann haben wir noch drei Knöpfe. Erstens Dropbox. Damit wird versucht, aus dem Center alle stimmenähnlichen Signale nicht auf die Top Speaker zu geben. Zum Beispiel Dialog oder Gesang. Mit Tilt wird die Energie von den oberen Kanälen ein bisschen nach vorne geschoben. Und mit Shelf kann ich die Höhen in den Top Speaker etwas reduzieren. Die Eingangslotstärke kann ich für alle Kanäle mit diesem Dreieck gleichzeitig einstellen. Oder pro Kanal kann ich auch die Rechteck hier anfassen und dann damit den Input separat einstellen. Beim Output habe ich eigentlich nur dieses Dreieck, um damit den Output für alle Kanäle gleichzeitig einzustellen. Wenn ich das einzeln machen möchte, da muss ich zuerst auf Gain gehen. Jetzt habe ich hier dieselben Regler wie beim Input. Und ich bekomme aber diese Warnmeldung, dass eventuell der Daumenmix, wenn er irgendwann erstellt wird, nicht mehr 100% perfekt ist. Jetzt haben wir die ganze Zeit die Binarialisierung mit dem Dolby Atmos Renderer gemacht. Aber es kann ja sein, dass du gar kein Binarialisierungs-Plugin hast. Und da kann der Pentheo auch weiterhelfen. Das kannst du nämlich einfach im Plugin machen. Den Kopfhörer können wir noch nicht anwählen. Dafür gehen wir erstmal kurz in die Settings, wählen Eniable Binaural. Das braucht ein bisschen Rechenleistung. Deswegen ist das von Haus aus aus. Dann deaktivieren wir hier die Binarialisierung im Atmos Renderer. Und hier bei Pentheo machen wir sie an. Schön, dass das gibt. Und es klingt definitiv anders als die Binarialisierung von Dolby Atmos. Also da muss man für sich einfach entscheiden, was einem besser gefällt oder für einen besser funktioniert. Manchmal kann es auch sinnvoll sein, das Signal nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen. Dafür aktiviere ich den Output Visualizer. Links haben wir eine 2D-Ansicht, rechts 3D. Du könntest auch eine Dual 2D-Ansicht wählen. Ich bleibe mal bei 3D. Und jetzt können wir links wählen, ob wir das Ganze von oben sehen oder von vorne. Und ich lasse es nochmal ablaufen und du siehst, was hier passiert. Du siehst, dass das Thema Abmixing sehr, sehr komplex sein kann. Und das Coole ist, Pentheo kann nicht nur als Abmixer, sondern auch als Downmixer fungieren. Und das Ganze kannst du für 14 Tage kostenlos testen. Für mich ein unglaublich hilfreiches Tool. Es gibt immer wieder Updates und vor allen Dingen einen sehr schnellen und hilfreichen Support vom Hersteller, teilweise vom Chef persönlich. Und demnächst gibt es noch einen 4. Center-Modus, weil einige Ingenieurs, die für Universal Music, Musik mischen, noch einen Modus sich gewünscht haben. Was genau da passiert, wird die Zukunft zeigen. Schreib mir doch mal, wie du das Abmixing machst und welche Erfahrungen du damit hast. Und wenn du dich mit anderen darüber austauschen möchtest, dann geh auf Recording.de, Deutschlands größte Community über Musikproduktion. Da kannst du dich mit anderen austauschen, erfährst die neuesten News und Testberichte. Bis zum nächsten Mal, ciao!